Hallo, ich bin einiger Anwalt Jochen Resch zum Thema Rückabwicklung, Lebensversicherung. Oder sollte man besser den Widerspruch erklären? Wo kommt mehr Geld raus? Wichtige Fragen. Wichtige Fragen, die Sie sehr viel Geld kosten können, wenn Sie es falsch machen. Wir bieten eine kostenlose Prüfung an, wie man das am besten hinbekommen kann. Es ist immer sehr individuell. Wir brauchen ein paar Unterlagen von Ihnen. Was wir brauchen, finden Sie auf der Seite. Also ich bitte Sie, den Artikel sorgfältig zu lesen. Er kann sehr wichtig für Sie sein. Wir wollen Ihnen das Optimum an Geld zurückholen. Geld zurück plus Sinn zurück. Das ist das, was wir erreichen können. Kostenlose für die Erzentschätzung. Sie erfahren, was wir tun können und welche Kosten Ihnen für unsere Beauftragung entstehen würden. Danke sehr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 für die Erzentschätzung.